Ja hallo, wir sind Teile der ATTAK Campus Gruppe Köln. Die Kabarett-Sendung Die Anstalt hat aufgerufen zur Star Bucket Challenge im Kampf gegen die fiesen Steuertricks der Konzerne. Und wir nehmen die Herausforderung an und gehen da jetzt rein. Irgendwie schmeckt der nicht. Ganz merkwürdig. Ich glaube, Leute, ich glaube, da fehlen einfach die Steuern. Ich glaube auch. Auf die Steuern. Auf die Steuern. Wir nominieren die Grüne Hochschulgruppe, die Hochschulgruppe SDS und die Juso-Hochschulgruppe auf die Steuern gegen die Steuertricks der Konzerne, all voran Starbucks. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.